Das Sturmgewehr 44 ist eine automatische Waffe, die bei der Wehrmacht im Jahr 1943 eingeführt wurde. Das Sturmgewehr 44 begründete die Waffenkategorie der Sturmgewehre. Allgemein, die vom Heereswaffenamt in Auftrag gegebene Entwicklung einer neuen Infanteriewaffe begann mit der Entwicklung einer Patrone mit reduzierter Leistung, die bis 1000 Meter wirksam sein sollte. Das HW errichtete seine Aufmerksamkeit auf die Magdeburger Patronenfabrik Polte. Diese hatte 1938 eine Patrone im Kaliber 7,92 x 30 mm entworfen, deren 3,7 Gramm schweres Geschoss eine hohe Mündungsgeschwindigkeit erreichte. Infolge des Vertrages zwischen Polte und der Heeresführung wurden zahlreiche Versuche mit kurzen 7,92 mm Patronen durchgeführt. Die 1941 in der Entwicklung einer Patrone im Kaliber 7,92 x 33 mm mit einem 8,2 Gramm schweren Geschoss und einer Mündungsgeschwindigkeit von 694 m pro Sekunde endeten. Die ursprünglichen, schon seit 1923 bestehenden Anforderungen an eine Waffe für derartige Mittelpatronen wurden nach Forschungen von 1935 bis 1937 überarbeitet. So entstand 1938 die K-Sekunden-Konzept für eine leichte automatische Waffe, die den Karabiner, die Maschinenpistole sowie teilweise das MG ersetzen sollte. Geschichte Bauanfänge Hierbei handelte es sich um ein Gasdrucklader, ein für die Kombination. Funktion von Dauer und Einzelfeuer auf variabler Entfernung zum Ziel optimales Funktionsprinzip, das heute den meisten Sturmgewehren zugrunde liegt. Der Gaskolben mit langem Hub befand sich oberhalb des Laufs. Die Verriegelung erfolgte über einen Kippblockverschluss. Der Maschinenkarabiner mit der Bezeichnung MKB-42 war eine zuschießende Waffe, was für die Präzision bei Einzelfeuer nachteilig war. Die Abzugsvorrichtung innelte in gewissen Punkten der DMP-40, ermöglichte jedoch sowohl Einzel- als auch Dauerfeuer. Die Feuerart wurde durch das Betätigen eines Knopfschalters gewählt. Einen Hahn besaß das System nicht. Der Schuss wurde durch den auf den Schlagbolzen auflaufenden Verschlussträger ausgelöst. Als Sicherung diente, wie auch bei der MP-40, der in die Sicherungsrohast eingespannte Spannschieber. Das eigens für den Maschinenkarabiner entwickelte Magazin nahm 30 Patronen auf und konnte mit Ladestreifen geladen werden. Die je fünf Patronen fassten. Die Hülsenauswurföffnung wurde durch einen Staubschutzdeckel abgedeckt. Die Visieinrichtung bestand aus einem Korn mit Kornschutz sowie einer bis 800 Meter einstellbaren Schiebekimme. Zeitgleich erhielt auch die Karl-Walter GmbH vom HWA den Auftrag, einen eigenen Maschinenkarabiner zu entwickeln, der jedoch das bereits ausgereifte Magazin von Hugo Schmeißer nutzen sollte. Walters Maschinenkarabiner beinhaltete Merkmale früher Entwicklungen der Firma. Die über zwei Laufbohrungen abgezapften Gase betätigten den um den Lauf angeordneten Gaskolben. Anders als Schmeißers Konstruktion war der MKB 42 eine aufschießende Waffe. Die Visieinrichtung inelte der des MKB 42. Damit die Waffe bei Dauerfeuer besser im Ziel blieb, bildeten Lauf- und Schulterstütze eine Linie. Anfang 1942 wurde der erste Prototyp fertig, der trotz befriedigender Testergebnisse nachbesserungswürdig war. Ende 1942 erhöhte das HWA den Auftrag bei Hänel auf 200 Stück und forderte eine ebenso große Stückzahl von Walter. Pläne, nach denen die beiden Firmen ihre Produktionszahl auf 500 Stück erhöhen sowie später insgesamt 15.000 Stück monatlich herstellen sollten, mussten verworfen werden. Die Erfahrungen der ersten Kriegsjahre zeigten, dass eine Standard-Infanteriewaffe auch im Nahkampf zu gebrauchen sein musste und die Möglichkeit zur Anbringung eines Schießbechers bieten sollte. Die entsprechenden Veränderungen an den Waffen nahmen Zeit in Anspruch, sodass die Produktion nur schleppend anlief. Dank der Unterstützung durch das Rüstungsministerium konnten die wichtigsten Probleme jedoch schon Anfang 1943 gelöst und eine größere Anzahl der Maschinenkarabiner hergestellt werden. Der damalige Reichsminister für Rüstung, Albert Speer, ordnete an, die beiden Waffen an die Ostfront zu liefern und sie dort zu testen. Die Tests ergaben, dass der MKB 42, obwohl leichter und präziser als die Konkurrenz, nicht mit dem MKB 42 mithalten konnte, wenn es um die Zuverlässigkeit ging. Durch dieses Ergebnis wurde Schmeißers Waffe der Vorzug gegeben, die jedoch überarbeitet werden sollte. Am stärksten überarbeitet wurde der Abzugsmechanismus. Das zu schießende System des MKB 42 war ein Grund für die mangelhafte Präzision bei Einzelfeuer. Um dieses Problem zu lösen, musste die Waffe aufschießend funktionieren. Was wiederum den Einsatz einer vom Bewegungsimpuls des Verschlussträgers unabhängigen Abzugseinheit erforderte. Zum Auslösen des Schusses diente ein im Abzugsgehäuse angebrachter Hahn, der auf einen im Verschlussträger angebrachten Bolzen schlug, welcher den Impuls auf den im Verschluss liegenden Zündstift übertrug. Ein über dem Griff quer durch das Abzugsgehäuse verschiebbar angebrachter Schalter erlaubte das Umschalten von Einzel- auf Dauerfeuer. Die Sicherungsrohrs trat ihre Funktion an eine Daumensicherung ab. Weitere Veränderungen wurden an der Mündung und am Gasrohr vorgenommen. Ein Nachteil, nämlich das hohe Gewicht der Waffe, blieb erhalten. Noch 1943 begann auf Veranlassung Albert Speers die Massenfertigung des modernisierten Maschinenkarabiners unter der Bezeichnung MP43. Dieser Name wurde als Tarnung gewählt, um den Eindruck einer Maschinenpistole zu erwecken. Da Adolf Hitler sich trotz aller positiven Berichte gegen die Einführung des Maschinenkarabiners entschied. Einsatz im September 1943 verlief die erste groß angelegte Truppenerprobung der MP43 an der Ostfront bei der 93. Infanteriedivision. Die Waffe erwies sich als adäquater Ersatz für Maschinenpistolen und Repetiergewehre und machte Unterstützung durch Maschinengewehrfeuer weniger notwendig. Einzelfeuer wurde auf Entfernungen bis 400 Meter geschossen, beim Übergang in den Nahkampf schaltete der Schütze einfach auf Dauerfeuer. Die MP43 war zuverlässig, leicht zu zerlegen und präzise. Der Rückstoßimpuls war, verglichen mit dem Karabiner 98 K, nicht einmal halb so stark. Der Munitionsvorrat von 150 Patronen wog nur 2,5 Kilogramm statt 3,9 Kilogramm. Das Gewicht der Waffe lag zusammen mit sechs geladenen Magazinen höher als das des Karabiners 98 K. Jedoch übertrafen die Vorteile bei weitem die Nachteile. Schließlich ließ sich Hitler durch Bitten von Frontsoldaten, unterstützt durch Speer und das HWA, umstimmen und erlaubte die Produktion der MP43 zur Einführung in die Heeresbewaffnung. Diese Entscheidung beschleunigte die weitere Entwicklung der Waffe. So entstanden Modifikationen wie die MP43 Eintil, welche eine Halterung an der rechten Seite besaß, auf die ein Zielfernrohr ZF mit vierfacher Vergrößerung montiert werden konnte. Ferner war die Anbringung des Infrarot-Nachtvisiers ZG möglich. Diese sollen 1945 beim Kampf um Berlin eingesetzt worden sein. Es gab zwei Schießbecher-Varianten, bei der MP43 wurde er aufgesteckt, bei der MP43 Eintil aufgeschraubt. Im April 1944 wurde die Bezeichnung in MP44 geändert, ohne dass technische Änderungen an der Waffe vorgenommen wurden. Noch im selben Jahr wurde der Name nochmals geändert. Die neue und diesmal endgültige Bezeichnung lautete Sturmgewehr 44. Von wem genau der Name stammt, ob von Hitler oder General Erich Jaschke, ist nicht eindeutig geklärt. Obwohl ursprünglich reine Propaganda, beschrieb die Bezeichnung Sturmgewehr die taktische Einsatznische weitaus präziser als Maschinenpistole. Und so wurde der Name nach dem Krieg zum Überbegriff der gesamten Waffengattung. Kriegsende Insgesamt wurden bis zum Kriegsende etwa 424.000 Exemplare der Waffe hergestellt. Das StG 44 war auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Einsatz, so wurde es bei der Volkspolizei der DDR und jugoslawischen Fallschirmtruppen eingeführt. Entgegen dem weitverbreiteten Irrglauben ist das Sturmgewehr 44 nicht mit der sowjetischen Kalaschnikow verwandt, es diente den Entwicklern in der damaligen Sowjetunion jedoch als Anstoß und Vorbild, eine vergleichbare Waffe zu entwickeln. Auch das Konzept der Mittelpatrone wurde in vielen Ländern aufgenommen und weiterverfolgt. Im August 1945 wurden 50 Sturmgewehre 44 aus vorhandenen Montageteilen zusammengebaut und der Roten Armee zur technischen Auswertung in der Sowjetunion übergeben. Gleichzeitig mit 10.785 Blatt technischer Zeichnungen zur Fertigung von Militärwaffen. Im Oktober 1945 wurde Hugo Schmeißer zur Arbeit in einer Technischen Kommission der Roten Armee zwangsverpflichtet. Diese Kommissionen hatten die Aufgabe, den neuesten Stand der deutschen Waffentechnik festzustellen, um die Ergebnisse in eigene sowjetische Entwicklungen einfließen zu lassen. Bis heute ist die Waffe noch in einigen Drittweltländern sowie dem Libanon im Einsatz. Auch wird die Munition Kaliber 7,92 x 33 mm kurz weiterhin von der Fabrik PRVI Partisan in Uschitsche hergestellt. Museale und mediale Rezeption Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ist im Saal Republik und Diktatur ein Sturmgewehr 44 im Kontext der Schlacht um Wien ausgestellt. In der Waffensammlung des Heimatmuseums Trillarium in Klebronn wird unter anderem auch ein Sturmgewehr 44 gezeigt. Ebenfalls kann man jeweils eines in der Waffensammlung im Panzermuseum Munster sowie im Auto- und Technikmuseum Sinsheim finden. Ferner wird ein Exemplar im Deutsch-Russischen Museum in Berlin Karlshorst ausgestellt. In der Schweiz sind neben diversen Waffen der Weltkriege auch Sturmgewehre 44 im Schweizerischen Militärmuseum Full-Reuntal Teil der Ausstellung. Zwei Sturmgewehre 44 werden im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden gezeigt. Auch in der Wehrtechnischen Studiensammlung der Bundeswehr in Koblenz finden sich einige Exemplare des Sturmgewehrs 44. Ein Exemplar eines Sturmgewehres 44 befindet sich im Altenbürgerschloss in Ostthüringen. In Riga zeigt das lettische Okkupationsmuseum ebenfalls ein StG 44, das von den Waldbrüdern verwendet wurde. Trivia In den Star Wars Filmen werden einige deutsche Feuerwaffen aus den Weltkriegen als Laserwaffen verwendet. Sowie die A-295 Blaster-Reifel, ein optisch verändertes Sturmgewehr 44. In den USA betragen die Schätzpreise für ein StG 44 bei Auktionen 20.000 bis 30.000 US-Dollar, für ein StG 44 mit Krummlauf sogar 65.000 bis 95.000 US-Dollar. Siehe auch, Sturmgewehr 45.